Musik Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein extra Sonntagsvideo und zwar möchte ich euch heute mal diese No-Line-Coloring-Technik vorstellen. Bei den ersten beiden Karten hatte ich dieses No-Line-Coloring probiert und bei der dritten Karte habe ich es einfach mal embossed. Als erstes braucht ihr ein Stück Aquafluid in den Maßen von 8x12 cm und das wunderbare Stempelset Spotlight on Nature. No-Line-Coloring heißt, dass man quasi den Stempelabdruck sehr hell aufstempelt und dann quasi drüber malt. Ich habe hier mich dafür entschieden, mit dem Stempelkissen in Basic Beige die Grundform aufzustempeln und ich sage mal, bei den Blüten sieht man dann auch noch ein bisschen den Stempelabdruck, aber grundsätzlich verschwindet das doch sehr gut. Dann nehme ich am liebsten wirklich einen Pinsel und ganz normal Wasser und ihr seht, ich tue mir die Farbe immer auf einen Wassertankpinsel, auf einen Stempelblock drücken und habe hier Gartengrün genommen und fange erstmal an, die Blätter zu kolorieren. Genau, also wie gesagt, ich fand die Technik total spannend. Ich habe das in der Facebook-Gruppe gesehen von Stampin' Up Demonstrator Planning Place, Mia Solange oder so hieß die, die das fantastisch wirklich umsetzt und habe gedacht, geil, das wolltest du eh schon immer mal ausprobieren, jetzt hast du die Möglichkeit dazu. Und ihr seht, ich nehme immer recht wenig Farbe, jetzt auch gerade so, wenn ich so die feinen Linien mache, nehme ich auch weniger Wasser, sondern mehr Farbe und fange an quasi das auszukolorieren. Dann nehme ich mir hier Olivgrün und nehme jetzt quasi die anderen Blätter ins Visier und ich, wie gesagt, ich färbe dann auch die Stiele halt nochmal mit ein mit der Farbe. Das seht ihr hier und das dauert halt seine Zeit, deswegen habe ich es jetzt als Sonntagsvideo gemacht und mache es als Nachvertonung und auch als bisschen mit Zeitraffer, weil ich glaube, im Gesamten hat das mehr als die doppelte Länge gedauert, das hier zu machen. Also das ist schon, aber Basteln ist ja Entspannung, Basteln soll euch entspannen, also macht uns ja Freude und gerade mal so eine Technik auszuprobieren. Dafür sollte man sich einfach auch Zeit nehmen. Jetzt nehme ich die gleiche Farbe nochmal und gehe über die anderen Blätter drüber, um da halt eine Farbabstufung zu kreieren. Genau. Und wenn ich das dann gestaltet habe, also wenn ich die Blätter dann ausgemalt habe, ich nehme auch wirklich, also ihr habt ja gesehen, da unten war dann so eine Spitze noch, auch die koloriere ich aus und genau. Also ich finde die Technik sehr schön und ihr braucht dafür aber zwingend Aquarellpapier. Also ohne Aquarellpapier wird euch diese Technik nicht gelingen, einfach weil dieses No-Line-Coloring braucht ja doch einiges an Wasser. Ihr könnt auch einen Wassertankpinsel benutzen. Das ist nicht immer so mein Favorit. Jetzt habe ich das Stempelkissen im Blütenrosa. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Wasser genommen und koloriere erst mal die Blüten komplett. Mit diesem Blütenrosa färbe ich die erst mal ein und lasse das dann wieder ein bisschen trocknen. Also ich gehe hier auch so ein bisschen Stück für Stück und jetzt nehme ich mir grüner Apfel. War das grüner Apfel oder war das Limette? Muss dann nochmal gucken, ich blende es euch unten ein. Aber ich glaube es war Limette. Es war Limette. Und färbe dann diese Blätter hier ein. Genau, dass die dann quasi auch bis zum Schluss eingefärbt sind. Und wie gesagt, ich liebe diese Technik. Ich finde diese Technik total schön und mich begeistert das. Und gerade so ein Blumenmotiv lässt sich halt einfach auch echt zauberhaft damit kolorieren. Ihr seht, ich nehme den Stempelblock immer wieder. Ich wischte ihn einfach nur mit dem Stempelkissen ab. Und das war's. Jetzt habe ich das Stempelkissen in Rosé. Und setze schon mal auf die Blüten ein paar Schatten. Damit es noch etwas dunkler wird und etwas mehr Akzent bekommt. Und lasse das dann auch erst mal wieder trocknen. Und dann fange ich auch schon an den Hintergrund zu gestalten. Ich bleibe auch wirklich bei diesem dünnen kleinen feinen Pinsel. Einfach damit ich mehr Kontrolle habe, was ich tue. Jetzt habe ich mir das Stempelkissen im Südseesommer genommen. Und nehme jetzt auch ein bisschen mehr Wasser und fange an, hier den Hintergrund einzufärben. Und mit diesem dünnen Pinsel kann ich halt wirklich schön die Ränder bemalen. Sodass ich nicht über das Motiv quasi male. Deswegen, Mensch, ich klinge ja total heiser dabei. Ist es eigentlich gar nicht so. Ich habe heute noch nicht so viel geredet. Da ist die Stimme noch nicht so eingeölt. Kann ich hier quasi sehr schön damit arbeiten, ohne dass ich jetzt hier viel, na, ohne dass ich das Motiv berühre. So sollte der Satz sein. Genau. Und mit Südseesommer, ihr seht es, ich gehe hier so ein Stück weit nach oben. Und färbe quasi mir das alles so ein bisschen ein. Und, ähm, also dieser kleine Mini-Stempelblock reicht da völlig aus, äh, wenn ihr da Farbe aufnehmt. Also, ähm, ihr braucht so viel Farbe nicht. Und das Ding ist echt ergiebig. Das reicht mir erst mal. Jetzt nehme ich mir faunengrün. Und da habt ihr gesehen, ich habe wirklich nur ein Stück verwendet. Und intensiviere jetzt hier unten das Ganze nochmal ein bisschen mehr, um da noch ein bisschen mehr Struktur und, äh, Schraffrohr reinzubekommen. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ihr müsst immer bei dem Spiel mit Wasserfarbe gucken. Also, mehr Wasser umso heller, weniger Wasser umso dunkler wird die Farbe aufgetragen, ne. Das ist klar. Aber das macht halt einfach unglaublich Spaß hier dann auch so ein bisschen, ähm, Schatten und Reflexe, also, oder ein bisschen da dunkler zu werden und dann nach oben heller auslaufen zu lassen. Also, ihr wisst ja eh, dass ich sehr gerne koloriere. Und, ähm, dann ist das natürlich eine Technik, die mich direkt angesprochen hat und wo ich gesagt habe, jo, die will ich bitte, bitte, bitte unbedingt ausprobieren. Und, ähm, musste die euch einfach zeigen. Jetzt nehme ich mir Aquamarine und, ähm, färbe dann hier, äh, das ein und stelle fest, dass mir das viel zu wenig Farbe ist. Deswegen, äh, switche ich gleich um und nehme das Stempelkissen in Blaubeere. Weil ich einfach finde, dass hier dann doch ein bisschen mehr Farbe auf die Karte kommt. Also, Aquamarine war mir einfach zu hell. Und, genau, ich arbeite mich jetzt Stück für Stück nach oben. Und hier brauche ich tatsächlich ein bisschen mehr Farbe. Klar, bei einer intensiveren, dunklen Farbe braucht man weniger Farbe. Bei einer helleren Farbe braucht man dann halt doch ein bisschen mehr. Ja, und jetzt färbe ich mir das hier so ein Stück weit ein. Und jetzt nehme ich mir, ähm, Zitronenparfet und fange erst mal hier an, den Übergang zu bearbeiten, sodass es, ähm, ein flüssiger Übergang ist. Und, ähm, wie gesagt, helle Farbe, da braucht ihr doch ein bisschen mehr. Aber mir ging es hier erst mal nur um so eine Grundeinfärbung mit dem Gelb. Und die, finde ich, ist mir ganz gut gelungen. Dann habe ich mir das Stempelkissen in Osterglocke genommen und verdunkle jetzt hier oben den Rand ein bisschen, sodass ich da noch ein bisschen mehr Schattierung habe. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe ein bisschen das abgestrichen, sodass ich jetzt nur noch quasi mit dem Wasser das verblendet habe. Und zum Schluss noch ein bisschen Kürbisgelb, um den Rand noch etwas dunkler und intensiver zu machen. Also wie ich unten quasi dunkler geworden mit den Blautönen bin, so bin ich jetzt mit dem Gelb auch immer etwas dunkler geworden. Und das finde ich halt einen sehr schönen Effekt. Genau, und wenn mir das Ergebnis dann so gefällt, dann werden die Blumen noch etwas näher verziert. Und dafür nehme ich mir das Stempelkissen in Sommerbeere und färbe jetzt hier. Und da mache ich so kleine Strischelbewegungen, um so ein bisschen die Linien etwas filigraner hinzubekommen. Unten am Blütenende quasi koloriere ich das ein bisschen, färbe ich das ein bisschen komplett ein. Und nach oben mache ich so feine Linien, um da ein bisschen mehr Struktur in die Blüte zu bekommen. Und am Ende ist das jetzt die Endkoloration, so wie ich es jetzt erstmal haben möchte. Und ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Jetzt nehme ich nochmal den Pinsel, tauche den einfach ins Wasser ein. Und ihr seht, ich mache so ein paar Wassersprenkel. Die seht ihr jetzt im Video nicht ganz so gut. Aber wenn ihr euch dann die Fotos auf Instagram, beziehungsweise auf meinem Blog anschaut, könnt ihr die ganz gut sehen. Jetzt tupfe ich mir das ein bisschen ab. Und da ich quasi direkt weiterarbeiten möchte, nehme ich mit meinem Embossing-Föhn und föhne das einfach richtig gut trocken. Weil sonst wird es schwierig, das weiter zu bearbeiten. Normalerweise würde ich sagen, lasst einfach liegen eine Stunde, dann ist das halt schön durchgetrocknet. Aber ich wollte ja jetzt im Video weiterkommen. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du einfach den Embossing-Folder. Also, ich steile mir jetzt noch ein Stück Farbkarton grundweiß in den Maßen von 8,5 x 12,5 cm zu, um das dann als Mattung drunter zu legen. Und ihr wisst, ich liebe diese weißen Gelstifte. Das heißt, auch hier in diesem Projekt setze ich da nochmal ein paar Akzente, damit das Ganze nochmal ein bisschen spannender und cooler wirkt. Und mir gefällt das tierisch. Ich färbe jetzt erstmal die Blätter ein bisschen ein und am Ende setze ich auch dann noch Wildpunkte auf die Karte. Vielleicht finden einige, dass das zu viele Punkte sind. Ist mir egal. Mir gefällt es so sehr gut. Ihr könnt natürlich auch weniger Punkte setzen. Aber ich fand das total schön und mir hat das einfach gut gefallen. Und deswegen habe ich hier ganz Wildpunkte gesetzt. Auch das seht ihr jetzt im Video gleich nicht ganz so gut. Aber auf jeden Fall habt ihr es ja am Anfang bei der Einblendung der Karte gesehen. Ihr seht es am Ende, wenn ich euch die fertige Karte nochmal einblende. Und wie gesagt, unbedingt auf Instagram bzw. auf meinem Blogbeitrag vorbeischauen. Dort findet ihr übrigens auch nochmal alle verwendeten Produkte und Maße und der Link dazu ist unten in der Infobox verlinkt. Dann nehme ich mir noch einen Rightmarker in Schwarz und fülle quasi nochmal auch mit ein paar dunklen Punkten das Ganze auf. Das macht es einfach irgendwie für mich spannender und lebendiger. Ihr müsst das nicht tun, aber ich hatte da viel, viel Spaß dran. Dann habe ich mir genommen das Stempelkissen Basic Beige nochmal und diesen Randstempel und habe hier einfach nochmal den Rand ein bisschen gestempelt. Man hätte auch Savannen nehmen können, das wäre ein bisschen dunkler gewesen. Aber ich bin dann einfach nochmal öfter drüber, sodass ich hier so einen feinen Rand bekomme. Und diesen Schrafrohrstempel liebe ich wie Sau. Also das ist ein toller Stempel für den Hintergrund. Dann wird aufgeräumt. Jetzt können wir das Ganze auf diese Mattung kleben. Und dann habe ich noch ein Stück Farbdesignerpapier Landhausglück in den Maßen von 10x14 cm, wo diese Mattung dann draufkommt. Jetzt habe ich erstmal noch ein Reststück in Grundweiß und das Stempelset Zeitloser Charme. Und habe mir daraus genommen den Spruch alles Liebe zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag und stemple den jetzt einfach auf mit Memento schwarz auf das Reststück in Grundweiß. Und schneide mir das dann ein bisschen zu, indem ich hier in der Mitte einschneide. Und ihr seht es rechts und links dann zu dem Einschnitt. Und so habe ich eine kleine Schräge. Jetzt haben wir das Designerpapier, wie gesagt, in den Maßen von 10x14 cm, setzt das schön mittig auf. Meine Grundkarte in Grundweiß hat die Maße von 29x10,5 cm und wird gefalzt an der langen Seite bei 14,5 cm. Dann kommt das Ganze dort drauf. Und zum Schluss noch den Spruch mit ein paar Dimensionals draufgesetzt. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Ich hoffe, das hilft euch. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr so Null-Line-Coloring gestalten könnt. Und dann danke fürs Zuschauen. Habt Spaß am Basteln. Habt Spaß am Kreativsein. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.